Ja, ich würde sagen, dann fangen wir an. Willkommen zum Webinar zu Camunda WPM 7.0. Wir wollen uns heute einfach mal ein bisschen anschauen, was mit Camunda WPM mitkommt, was das so ist, was da dahinter steckt und vielleicht auch, wie es sich gegen Activity abgrenzt. Ich steige einfach gleich mal ein. Wer bin überhaupt ich? Wer sitzt hier hinter dem Mikrofon? Mein Name ist Bernd Rücker. Ich bin auch einer der Gründer von der Camunda. Hier habe ich jetzt festgestellt, auch wirklich schon seit zehn Jahren WPM. Ich habe damals angefangen mit JVOS JVPM 3, also auch ein Off-Source-Projekt, vielen Kundenprojekten unterwegs gewesen. Bin dann über JVPM 4 zur Activity jetzt eben zu Camunda WPM gekommen. Hab meine Informatik studiert, also hab den Java Enterprise Hintergrund eigentlich und bin jetzt viel draußen unterwegs. Ja, Evangelist klingt immer so schön, so wie jetzt zum Beispiel dieses Webinar oder auch auf Konferenzen oder Ähnliches. Aber bin eben auch noch viel in Kundenprojekten als Consultant unterwegs. Vor allem, was wir zurzeit viel machen, sind POCs, Proof-of-Concept-Projekte, wo wir dann einfach in einer Handvoll Tagen eine Lösung, prototypisch, pilotmäßig, beim Kunden komplett in seiner Welt zum Laufen kriegen. Ganz spannende Sache. Also das vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich freue mich natürlich, dass ihr alle da seid. Wir hatten sehr, sehr viele Anmeldungen. Organisatorisch, vielleicht Audio, haben wir gerade alle schon geklärt. Ich hoffe jetzt zumindest, dass inzwischen alle verstehen können. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie bitte per Chat an Falco. Der wird die sammeln und dann werden wir die am Ende auch komplett am Stück beantworten. Und da haben wir auch dann theoretisch Zeit, das zu machen. Aufzeichnungen von dem ganzen Kram wird es geben. Da werde ich hinterher den Link umschicken. Ja, vielleicht, das treibt mich an. Aber ich bin momentan viel draußen unterwegs mit letztendlich auch einem Vortrag herum. Ich glaube, dass Java in den Werkzeugkasten jedes Java-Entwicklers gehört. Und ich fand ein so schönes Schlüsselerlebnis auch mal wieder auf der JAX, wo mir ein Entwickler gegenüber stand und mich mit großen Augen angeguckt hat und gesagt, ey, wir müssen jetzt im nächsten Projekt WPM machen. Und ich habe Angst. Also das meinte der tatsächlich ernst. Also das resultiert ja so ein bisschen draus, naja, da muss ich irgendwie eine komplizierte Toolsuite oder irgendwie so ein proprietären Stack oder irgendwas Großes, Kompliziertes, was keinen Spaß macht einsetzen. Und das ist mitnichten so. Also das versuche ich heute auch mal ein bisschen rüber zu bringen. Und das ist eigentlich so, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Genau, das wollen wir uns einfach mal ein bisschen anschauen. Ich habe es angekündigt, auch in der Mail vorneweg, nur noch mal zur Sicherheit. Also es wird ein technisches Webinar. Wir werden jetzt auch wirklich in die Technik uns runterdrillen. Das heißt, ihr solltet tatsächlich Java kennen und können, sonst wird es ein bisschen eng, dass vielleicht einfach das Hinterher niemand sagt, er hat es nicht gewusst. Ich will anfangen mit einem kleinen Beispiel, mit einer Demo, die wir öfter mal geben, aber die, glaube ich, so für den Einstieg ganz schön ist. Nämlich ein Mini-Rechnungseingangsprozess, so wie er bei Camunda existiert. Also wenn wir eine Rechnung bekommen, dann ist das bei uns Maria, unsere Teamassistentin, beispielsweise die Scanty, auch so ein HP-Multifunktionsgerät. Dann wird daraus ein PDF, das geht per E-Mail an eine bestimmte E-Mail-Adresse. Da wird das automatisch abgerufen und dann wird eine einzelne Prozessinstanz daraus erzeugt. Die wird von der Engine abgearbeitet. Der erste Schritt könnte hier zum Beispiel sein, dass wir festlegen sollen, wer die freigibt. Dazu hat man dann eben auch eine Oberfläche, ein Formular, in dem man gewisse Daten sehen eingeben kann. Und wenn man da weiterklickt, geht der Prozess eben weiter. Ich glaube, inhaltlich ist der Prozess relativ simpel. Den wollen wir uns auch deswegen einfach mal kurz anschauen. Das ist im BPMN jetzt in unserem Eclipse-Plugin modelliert. Also wenn die Rechnungsfreigabe angefordert wird, gibt es erstmal einen sogenannten User-Task in der BPMN, das der Freigebende auszuwählen ist. Dann wird der Freigebende auch wirklich die Rechnung freigeben, auch wieder ein User-Task. Dann gibt es ein exklusives Gateway hier, ein XOR. Also entweder ist die Freigabe hier erfolgt, dann geht es hier unten lang, oder nicht, dann geht es da unten lang. Wenn freigegeben wird die Bezahlung vorbereitet und dann nochmal was Neues, ein Service-Task. Hier wird dann wirklich Logik ausgeführt, um das PDF in das Archivsystem zu legen, was hier in der Demo einfach das File-System ist. Und dann, End-Event ist die Prozessinstanz auch wirklich einmal durchgelaufen. Ich hoffe, das kann man sich halt nichts vorstellen. Wir werden uns gleich mal noch angucken, wie das BPMN wirklich verdrahtet ist. Eine wichtige Information an der Stelle vielleicht. BPMN 2.0 ist nicht nur dieses schöne Bild. Das ist auch ein XML-Format, was wirklich auch standardisiert ist, definiert ist, was hier im Hintergrund liegt, wo auch wieder dieser Prozess drin steckt, das Start-Event, das exklusive Gateway. Also alles, was wir gerade gesehen haben, steht auch in diesem XML. Und das ist letztendlich das, was wir auch auf die Engine schmeißen können, was die dann einfach abarbeitet und kennt. Gut, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir haben da eine eigene Aufgabenliste im Gepäck. Das ist HTML5, wen das übrigens interessiert. Da kann ich mich mal anmelden als letztendlich Teilnehmer dieses Prozesses. Und was ich jetzt mal machen würde, ich würde simulieren, dass eine neue Rechnung reinkommt. Dafür kann ich hier einen Prozess auch über die Oberfläche starten und kann mal ein PDF hochladen. Ich lade hier mal irgendeine Rechnung hoch, die zufällig auf meinem Desktop liegt. Jetzt sieht man schon, ich habe eine neue Prozessinstanz erhalten. Kann mir hier auch einfach mal anschauen, wo stehe ich denn gerade? Ah ja, das ist die erste Aufgabe. Freigebenden auswählen. Das hier ist so ein kleiner JavaScript-Renderer, den wir haben. Sehe also, wo stehe ich? Und was ich dann machen kann, ist letztendlich hier einfach auch sagen, ich will das Formular dazu sehen. Ich will das bearbeiten. Das kann ich mal tun. Dann habe ich hier auch die Möglichkeit, mal in diese Rechnung reinzugucken. Also das ist jetzt in dem Fall eine JSF-Oberfläche. Das muss aber nicht JSF sein, kommen wir später nochmal drauf. Das kann alles Mögliche sein. Aber das ist einfach ein programmiertes JSF-Formular, was mir jetzt auch mal hier, aha, das ist eine Fahrkarte, wie ich nach Basel fahre. Also gebe ich das wohl der, genau, der Deutschen Bahn, Datum, irgendwann. Datum ein und hinterlege vielleicht noch einen Kommentar. Alles klar mit dem Ticket. Und sage, okay, damit habe ich die Aufgabe jetzt erstmal abgearbeitet. Wir haben gerade gesagt, okay, John soll das wirklich freigeben. Wir sehen auch schon hier unten, John bekommt hier eine Aufgabe zu. Das heißt, was ich jetzt mal mache, ich gehe in eine andere Taskliste hier rein, melde mich dort mal als John an. Dann sehe ich jetzt auch hier meine Aufgabe, das heißt, ich bin hier einen Schritt weiter gelaufen im Prozess. Kann jetzt hier natürlich auch wieder eine Aufgabe ausführen. Sehe auch meinen Kommentar von gerade. Kann theoretisch, das haben wir mal gemacht, wir haben relativ viele Möglichkeiten, dann auch Informationen von der Prozessmaschine zu holen und einzuklinken. Beispielsweise haben wir uns hier mal das Prozessmodell als Bild geholt, haben dann auch mal Audit-Informationen, also wie sind wir durch den Prozess gelaufen, geholt. Und beispielsweise auch Sachen auf der Historie visualisiert, ja. Also wer hat das gemacht, wie lange hat der gebraucht. Klar, ich sehe schon wieder fünf Betriebsratwarnungen angehen, aber kann man natürlich auch irgendwie abstellen, aber grundsätzlich bietet mir die Engine solche Dinge an. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Ticket, ja, das ist auch in Ordnung, sonst kriegen wir eine Schleife, das braucht relativ viel Zeit. Sag ich, okay, bin auch fertig, hab nichts mehr zu tun. Wechsel wieder mal in meinen Demo-User. Hier bekomme ich jetzt die Aufgabe eben über das Accounting. Sieht man auch so ganz typische Sachen. Ich habe jetzt eben Gruppenaufgaben und meine persönlichen. Das heißt, wenn ich die auf der Gruppe, in der viele Teilnehmer dabei sind, haben möchte, dann muss ich das eben erstmal, also ich muss das nicht unbedingt claimen, aber ich kann das mir erstmal in meine persönliche Liste ziehen. Jetzt kann das kein anderer machen, nur ich. Jetzt bin ich eben einen Schritt weitergelaufen, mache das noch und sage, ja, wo sollen wir das jetzt ablegen auf dem lokalen Teilsystem. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass das funktioniert. Ich beweise es euch einmal, also da habe ich so einen Ordner, da ist nichts drin. Jetzt laufe ich hier durch und jetzt ist da was drin. Also jetzt haben wir den Prozess einmal im Durchlauf gesehen. Ich zeige euch noch eine zweite Sache. Ich starte nochmal einen neuen. Ganz schnell. Wir haben auch eine Monitoring-Tool im Stack, also das ist die Aufgabenliste hier für den Endbenutzer. Wir haben Cocktaps, das kennen vielleicht einige aus Camunda-Fox schon. Wir bauen das gerade komplett neu, das ist alles HTML5, sage ich gleich nochmal was dazu. Und da kann ich jetzt solche Prozesse auch sehen, wie da laufen. Also zum Beispiel sehe ich hier meinen Rechnungseingang und da kann ich jetzt über alle Instanzen hinweg sehen, wo stehen denn gerade wie viele. Also sehe ich, da steht jetzt hier vorne dieser eine. Ich könnte Ihnen auch beobachten, wie er durch den Prozess läuft. Ja, soweit vielleicht mal aus der User-Perspektive. Ich würde einmal, na, wo ist mein Netflix? Hallo. Ja. Einmal noch gucken, was habe ich gemacht, um das zum Laufen zu kriegen. Also einmal seht ihr das BPMN, 2.0 XML, da habe ich so ein paar Sachen dran gepackt. Ist jetzt, denke ich, alles keine Rocket Science. Ich würde sagen, zum Beispiel, wer soll diese Aufgabe ausführen. Das ist hier noch hart probiert. Hier unten seht ihr, was für das Interessante bleibt. Das ist zum Beispiel Expression Language. Das heißt, ich kann auch wirklich auf Daten im Prozess zugreifen. Also ich kann auch Daten zu einer Prozessinstanz mit in der Datenbank ablegen. Ich kann bei der Freigabe erfolgt entsprechend auch mit dieser Expression Language arbeiten. Also gehe ich nach oben, wenn es nicht approved ist, oder gehe ich nach oben, wenn es nicht approved ist. Das sind so Dinge, die ich hier dran packe. Oder hier unten haben wir diesen Service-Task, wo ich wirklich Logik ausrufen will, wo ich Service ausrufen will. Also da habe ich eben in dem Fall hier so ein, ja, ich habe hier auch wieder Expression Language verwendet. Was ist das? Im Hintergrund steht hier einfach Java Code. Ihr seht, das ist so ein, nennen Sie jetzt hier Archive Service. Das hier ist übrigens CDI, wer das nicht kennt. Also ich habe hier eine CDI-Biene einfach über den Namen angesprochen. Das könnt ihr natürlich auch über Spring machen. Oder ihr könnt diese Klasse direkt referenzieren, einfach als Klassennamen. Dann wird die Engine die selber instanziieren. Und dann werde ich hier einfach durchlaufen durch so eine Execute-Methode und kann mir Daten auch wieder besorgen aus dem Prozess und meinen echten Service aufrufen und das dann auch wieder abnehmen. Ja, das ist jetzt Java. Das will ich euch hier jetzt gar nicht im Detail zeigen. Das habe ich, wie gesagt, setze ich mal voraus, dass ihr das kennt. Vielleicht eine schnelle letzte Sache, die ich euch an der Stelle zeigen will. Wir haben dann auch eine Java API zur Engine. Ich zeige euch mal den Moment, wo ich so eine Prozessinstanz gestartet habe, indem ich ein PDF hochgeladen habe. Da habe ich mir einfach so ein Start-for-Upload-Servlet geschrieben, wo ich das hinschicke. Und ihr seht schon, auch hier benutze ich in dem Fall CDI, also Dependency Injection. Und dann habe ich zum Beispiel so einen Runtime-Service. Wir haben so eine Handvoll Services, mit denen ihr mit der Engine interagieren könnt. Und hole mir die Daten aus, einfach aus dem Request raus und sage dann hier, Runtime-Service-Bad plus Instance-By-Key. Gebe ihm noch mit, welche Prozessdefinition und welche Daten ich da drin haben will. Hier als einfache Java-Map kann man hier benutzen. Das ist so, wie man letztendlich mit der Engine interagiert. Ich sage da vielleicht gleich noch ein, zwei Dinge. Das sollte mir für den Moment mal reichen, in der Kürze der Zeit so einen groben Überblick zu geben. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, dann ändern wir mal das BPMN. Aber ihr seht, das ist jetzt einfach eine Anwendung. Das ist ein Medienprojekt, da kommt ein Bar bei raus. Da stecken auch diese JS-Formulare mit drin. Das deploye ich einfach auf meinen JBoss. Da sage ich gleich noch was dazu und dann läuft das. Testcases habe ich übrigens auch. Auch das ist ganz spannend noch. Fünf hier. Das heißt, ich kann hier einfach in einem J-Unit-Test sagen, deploye mir diesen Prozess beispielsweise und dann über die Services auch die Prozessmaschine steuern mit einer In-Memory-Datenbank hier und direkt sagen, starte mir einen Prozess. Danach sollte ich eine Aufgabe in dieser Aufgabenliste haben. Also das kann ich alles auch über Java API mir besorgen und so quasi einen Prozessdurchlauf simulieren. Okay, ich habe dadurch im Webinar natürlich keine Gesichter vor mir. Ich stelle mir jetzt vor, dass ihr alle wissend nickt und sagt, ja, Grundidee verstanden. Deswegen würde ich mal einen Schritt weitergehen und euch noch ein paar Sachen zeigen, die man damit machen kann und auch ein bisschen auf Camona WCN und speziellen einstellen. Also das eine ist natürlich auch klar, wir machen aktuell sehr, sehr viele Projekte damit. Wir machen natürlich nicht nur Rechnungseingang, das ist eigentlich ein eher, ja, fast schon ein unanfaches Beispiel, weil sehr klein, sehr einfach, aber vielleicht für den Einstieg ganz gut. Aber wir machen auch wirklich Real-Life-Sachen damit, das ist vielleicht ganz spannend. Also wenn man in den Mandenbereich anguckt, das sind sowas wie zum Beispiel eine Kontoeröffnung oder die Proverwaltung. Im Versicherungsbereich hat man jetzt schon Riesler Rente an eine andere Versicherung übergeben. Oder auch sowas wie eine ganz normale Schadensregulierung, das ist etwas kaputt, ich muss das einreichen. Oder sowas wie eine DSL-Bestellung oder ihr wollt eine kostenlose E-Mail-Adresse haben. Also sowas läuft da drüber. Auch typische Bestellprozesse ganz interessant. Also das sieht auch noch aus der Zalando oder wirklich, die trägt da so eine Bestellung im Hintergrund dadurch. Aber auch bis hinzu finde ich ja momentan ganz spannend, weil ich da ganz viel bin beim Patentamt in der Schweiz zum Beispiel. So was wie ein Patent- und Markenantrag. Also wie kann man sowas durchlaufen machen. Also von dem her, die Anwendungsfälle sind da sehr breit, sehr groß. Das sind meistens tatsächlich eher Kernprozesse. Da komme ich nachher nochmal kurz da drauf. Sehr spannend meiner Ansicht nach. Was bieten wir jetzt in Camunda BPM? Ich habe euch ein paar Dinge jetzt in der Demo gezeigt. Ich will jetzt nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Das eine ist natürlich die Engine. Also wir haben eine BPMN 2.0 Engine. Das ist auch das, was auf Activity basiert, von dem wir geporst hatten. Dann, genau, das ist die Engine. Dann haben wir eine REST API. Das ist vielleicht interessant. Da sage ich nachher auch nochmal kurz, dass das 2D ist. Komplett auch anders, als sie bei Activity war. Wir haben eine komplett neue REST API geschrieben. Komplett Object-AS basiert. Sehr im REST-Style. Sehr vollständig. Also wir machen immer noch Dinge, aber wir sind inzwischen so weit, dass wir eigentlich alles kann, was auch die Engine kann. Das heißt, man muss nicht über Java mit der Engine sprechen. Man kann auch durchaus nicht über REST mit der Engine sprechen. Das machen wir übrigens auch in unseren eigenen Anwendungen. Also wir haben, ne, Entschuldigung, genau das hatten wir noch nicht gesehen. Wir haben jetzt Cockpit gesehen und die Taskliste gesehen. Das sind HTML5-Anwendungen. Das heißt, das ist bei uns AngularJS, also die JavaScript, HTML und Bootstrap, wenn das interessiert. Und im Hintergrund reden wir einfach mit der bestehenden REST API. Das heißt auch beispielsweise, dass wir natürlich sehr, sehr vollständig die REST API bauen können. Was wir in der REST API nicht können, können wir auch im Monitoring nicht machen. Genau. Wir haben Cycle als Roundstrip-Tool. Komme ich nachher nochmal ganz kurz drauf. Sparen wir uns für den Moment. Wir haben natürlich, hatte ich gerade erwähnt, CDI Spring Integration on Board. Relativ gut wird sich auch nochmal ein bisschen was tun. Gerade bei CDI Spring ist eigentlich jetzt schon sehr, sehr gut. Wir haben ein Eclipse-Plugin als BPMN2-Modeller. Auch da was völlig anderes als Activity. Auch das ist vielleicht interessant, haben wir ja schon länger im Feld. Kann BPMN2.0 komplett? Also wir haben den mal ganz kurz gesehen. Da kann ich auch komplette, ja, bei BPMN-Cent-Kollaborationen, wenn sich das modellieren. Das heißt auch wirklich alles, was eine BPMN vom Standard her hergibt, kann ich mit dem Ding grundsätzlich modellieren. Auch wenn es in den Properties natürlich auch die Ausführung gemünzt ist und von der Zielgruppe her schon auch den Techie, den Java-Menschen im Sinne hat. Dann gibt es noch so ein paar Sachen außen rum. Wir haben ein Incubation Space. Das ist vielleicht ganz interessant für alle, die gute Ideen haben oder mal ausprobieren wollen oder sagen, hey, das hier müsst ihr aber unbedingt mal machen. Dann sagen wir ganz gerne, ja, finde ich interessant, mach doch mal einen Aufschlag. Und dann kommt das in den Incubation Space. Und dann kann man sich auch mal angucken, was die Leute damit machen, was es für Feedback gibt. Wir haben ein bisschen JavaScript on board. Ihr habt das vielleicht gesehen in der Taskliste, wo stehe ich gerade, dieser grüne Bubble, den wir da visualisiert haben. Das ist ein BPMN 2.0-Prozessmodell direkt in JavaScript gerendert. Also wir haben einen Renderer, der komplett BPMN 2.0 beherrscht. Das ist das eine. Also das könnt ihr auch völlig unabhängig von allem anderen gerne benutzen. Das benutzen wir auch in unserer eigenen Doku, wenn wir irgendwie BPMN in der Doku darstellen. Und was wir auf der anderen Seite noch bauen werden, ist ein JavaScript-Gegenstück für die REST-API, sodass wir zum Beispiel in HTML5-Angular-JS-Anwendung sehr, sehr einfach auch eine Taskliste bauen können, zum Beispiel. So, was wir noch haben, ist die ganze Container-Integration. Das heißt, wir können die Engine nicht nur als Java-Jahr hochfahren. Das gucken wir uns gleich mal an. Sondern wir können die auch in den verschiedenen Containern hochfahren, also beispielsweise im JBoss, im A7, das habe ich hier laufen, oder im Tomcat, geht inzwischen auch gut. Könnt ihr euch eine komplett gepackagte Distribution mit runterladen, fahrt einfach hoch, alles ist gut. Glasfisch können wir, Webseer können wir, wenn Logik, sind wir dran. Das habe ich letztens geblockt. Da haben wir schon dann quasi einen, ja, wenn man so will, Prototypen am Laufen, der läuft auch ziemlich gut, weil er dem Glasfisch sowieso ziemlich ähnlich ist. Haben wir aber auch noch nicht als Enterprise-fähige Distribution. Aber wem das interessiert, möge mich gerne ansprechen. Also da sind wir nur einen Schritt. Das ist so ein bisschen das Ökosystem. Mit dem kann man natürlich sehr, sehr viel machen. Man kann, und jetzt mal vielleicht wieder von der anderen Seite geguckt, das Projekt kann ich jedem gerne schicken, dem das interessiert. Ich habe das auf der Jax schon mal gezeigt. Man kann beispielsweise auch völlig simpel anfangen. Also ich habe hier mal so ein Beispiel, was Spring verwendet. Das heißt, dass der jetzt so ein Spring-Kontext hoch holt, holt sich daraus einfach die Engine, ja, deployt jetzt hier mal einen Determin 2.0-Prozess, startet eine Prozessinstanz und holt sich danach eine Aufgabe von der Aufgabenliste an. Also es ist mir klar, dass ihr den Code jetzt nicht in der Kürze der Zeit komplett verstehen müsst, aber im Zweifel habt ihr den ja hinterher in den Folien. Das Ding funktioniert. Da gibt es eine Spring-Konfiguration, die letztendlich eine Data-Source. Klar, wir brauchen eine Datenbank im Hintergrund. Wir können aber mit allen gängigen, also H2, MSSQL, MySQL, POSPY, Oracle, DB2, irgendwas habe ich bestimmt vergessen, aber haben wir auch auf der Webseite stehen. Okay, holen wir uns einen Konzeptionsmanager, holen wir uns, konfigurieren die Engine und starten sie dann einfach. Also das ist relativ straightforward. Auch in Spring könnt ihr einbetten und wenn ihr dann eigene Spring-Beans habt, dann könnt ihr eben auch in eurem Prozessmodell diese auch einfach hier zum Beispiel ansprechen. Also ich habe hier irgendwie meine Spring-Bean, die kann ich hier aufrufen und wenn ich das jetzt mal laufen lasse, machen wir mal, genau, dann wird auch mein Prozess eben durchgerödelt und das entsprechend aufgerödelt. Also das geht sehr, sehr einfach. Ihr braucht aber nicht Spring dazu, ihr könnt das auch plain mit Java machen. Also ich habe auch ein Beispiel hier mal, wo ich mit Java mir eine Engine konfiguriere, einfach mit meinen Datenbank-Properties, sie mir dann starte und das Gleiche letztendlich mache. Funktioniert genauso gut, ist natürlich ohne Spring viel, viel schneller, ha, ha, ha. Nein, aber das vielleicht einfach mal als, dass man auch sehen kann, also da muss jetzt nichts Kompliziertes dahinter liegen, also ihr könnt das rein in plain Java machen. Wir haben das ja auch schon gesehen im Unit-Test. Also ich denke, das ist einer der wirklich spannendsten Anwendungsfälle, dass man nämlich wirklich testgetrieben vorgehen will, dass man, ja, ein paar Unit-Tests schreiben kann. Vielleicht auch, habe ich später nicht als Folie, wir machen momentan gerade im Java-I umfällt auch einiges an der Killian-Test zum Beispiel, also wirklich, entschuldigung, wirklich größere Testgruppe. Alles ziemlich straightforward. Vielleicht an der Stelle ganz spannend, wir haben eine Contribution auch von einem Partner drin, die man sich mal angucken kann, also da in unserem Contribution-Space, auch GitHub, ist über die Homepage verlinkt, da findet ihr, da habe ich keine Angst, zum Beispiel auch so eine Fluent-Testing-ATI, wo man genau solche Unit-Tests auch so schreiben kann, wie man es dann eher fachlich lesbar erwarten würde, also zum Beispiel hier, ich habe nicht erwartet, dass es eine Protestinstanz gibt, die jetzt in diesem Zustand Review steht. Und es sollte einen Pass geben, der eben irgendwie die PDF hat und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert, guckt euch einfach mal an, auch da Feedback wird gewünscht, da sind wir immer wieder am Überlegen, ob wir das einfach mit reinziehen in den Core oder nicht. Interessiert mich natürlich immer eure Meinung. Gut, das ist die eine Geschichte, also wir sind jetzt in plain Java, Embeddable Engine unterwegs, wenn ihr daraus jetzt eine Anwendung bauen wollt, also nehmen wir mal an, ihr wollt eine kleine Auftragsverwaltung bauen und da wollt ihr die Engine einbetten, was ihr dann letztendlich einfach machen könnt, ja, also das geht auch mit Activity schon, das geht mit Camunda WPM natürlich auch, ihr habt einfach ein Java für die Engine, das packt ihr mit in eure Anwendung mit rein, ja, was auch immer das ist, das kann jetzt ein Bar sein oder ein Ear oder ein Standalone Java, völlig egal, und dann seid ihr am Start. Das hat gewisse Vorteile, also dann habe ich alles schön integriert, das hat aber auch gewisse Nachteile, beispielsweise, wenn das jetzt ein Bar wäre und ich wäre auf einem Container, nehmen wir mal an, auf einem JBoss, dann würde ich die Engine jetzt mehr auf einen Cloud. Das will ich vielleicht nicht, ja, also das hat einen zweiten Vorteil, ich muss immer die Engine in meiner Anwendung hochfahren. Und was wir haben mit Camunda WPM, das hatten wir mit Camunda Fox auch schon, das haben wir jetzt nur nochmal verbessert und näher an die Engine gerückt, wir haben, was wir Shared Process Engine nennen als Concept, das heißt, wir haben Integration in den Containern, das heißt, wir fahren die Engine als Teil des Containers hoch, ich vergleiche das immer gerne mit JPA, also mit sowas wie Hibernate, was wir auch in einem JBoss oder einem Classfish oder einem Web4, hier, das ist jetzt nicht Hibernate, aber das ist auch JPA, einfach hochgefahren bekommt und dann ist es da. Das heißt, ihr konfiguriert das im Container, im Server und könnt dann einfach erwarten, dass die Process Engine verfügt wird. Genau das ist das Setup, was ich hier gefahren habe, gerade auch in der Demo, was ihr euch bei uns auch einfach auf der Homepage runterladen könnt, eine Distribution mit Classfish und Pitchy oder JBoss, den packt ihr einfach auf, packt ihn hoch und dann tickt im Hintergrund schon der Engine. Wenn ihr dann euer Bar oder ihr baut, dann müsst ihr einfach nur ein, zwei Sachen beachten, nämlich wir müssen die dann einen 2.0-File da reinpacken, wir haben einen Marker-File, ein Processes.xml, wo ihr gewisse Dinge konfigurieren könnt, ich zeige euch das mal hier, also ein Processes.xml, naja, und ihr müsst letztendlich einfach eine Marker-Klasse auch haben, die sagt, das ist eine Process-Application, die soll Verbindung aufnehmen, auch zur Process Engine. Das ist alles, was ihr machen müsst, vergleichbar mit Job.js an der Stelle übrigens, und dann müsst ihr die Engine gar nicht in eurer Anwendung bringen. Gut. Gibt Vor-Nachteile für beide Varianten, also letztendlich kann man das ein bisschen diskutieren, im Zweifel fragt, dann auch gerne nochmal, wenn ihr Szenarien habt, fragt im Forum, wenn ihr konkrete Fragen habt. Ja, interessant vielleicht für alle, die gerade auf den Kommerziellen unterwegs sind, also gerade bei WebSphere habe ich es oft erlebt, wir sind auch mit der WebSphere-Integration komplett Java E-Compliant unterwegs, wir machen keinen eigenen Thread-Cool auf, wir machen nichts Verbotenes, das heißt, wir sind auch in den Umgebungen tatsächlich im Face unterwegs, also das ist oft wichtig, weil das so ein Betrieb wissen wird, ist das wirklich Compliant zu Java E, ja, ist das, und das kriegt man in diesem linken Fetter tatsächlich schwieriger. Gut. Vielleicht mal ein bisschen zu den Use Cases, was kann man damit machen, ich habe euch zwei Beispiele, die so ein bisschen entgegengesetzte Richtung ziehen, mitgebracht, das eine ist, auch das ist als Demo verfügbar, das ist bei uns im GitHub, kann ich gerne auch einen Link schicken, wen das dann interessiert, ich habe mal für die JAX eine kleine Demo-Anwendung gebaut, typische Java E6-Anwendung, ja, also ich habe eine JF-Oberfläche, ich habe irgendwelche Session-Beans drunter, ich habe Entitäten mit JPA drunter, eine Datenmache, ich hoffe, das kann sich erstmal jeder vorstellen, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr müsst da so eine Anforderung einbauen, wie, naja, wenn die Ware nicht lieferbar ist, dann ruft doch bitte den Kunden an, weil dann wollen wir dem was Kinderes antreten, ja, also wir haben auch ähnliche Ware, die nimmt ja schon, wenn wir den anrufen, weil es wäre happy, aber natürlich müssen wir es gleich machen, sonst ist es ganz gut, ja, kann man sich, denke ich, vorstellen. Wenn man das in eine typische Anwendung einbaut, dann würde man jetzt auch anfangen, das irgendwie so richtig zu verstreuen, ja, also wir bräuchten eine neue Liste für den Sachbearbeiter, wo er einfach Bestellungen sieht, wo er eingreifen muss, ja, damit ich die Liste füllen kann, dann brauche ich natürlich auch irgendwie einen Service darunter, der mir die Daten bereitstellt, ich brauche vielleicht einen neuen Filter in meinen JPA-Entitäten, vielleicht brauche ich sogar einen Status-Spec, für dieses in maximal einen Tag, da braucht es sogar richtig gemeine Sachen, ja, also da bräuchte ich vielleicht ein Polling, ein Quartz oder was auch immer, was irgendwie mal guckt und mir eine Mail schickt oder ich zwinge den hier oben, alle zehn Minuten da reinzugucken, also genau solche Dinge machen mir eigentlich Bauchschmerzen in den Anwendungen, deswegen auch bei, wenn ich wirklich nur eine Anwendung baue, eine integrierte Anwendung, meiner Ansicht nach, sobald ich einen Prozessfluss drin habe, sollte ich ihn einbauen, das heißt, ich könnte ja sowas relativ simpel modellieren, ja, also ich weiß, die Bestellung ist eingegangen, wenn ich die Ware nicht reservieren kann, das sehen wir so ein bisschen BPMN, auch on the fly, also das ist ein Fehlerereignis, das heißt, wenn in diesem Service-Task ein Fehler auftritt, dann gehen wir nicht den normalen Fluss weiter, sondern hier runter, kommen in den User-Task, wollen den Kunde umberaten, ein schönes Wort, das ich mal selber bei einem Kunden gelernt habe, also der Kunde wird umberaten, wenn ich das geschafft habe, dann geht das auch hier oben ganz normal den Weg weiter und ansonsten storniere ich eben die Bestellung. Das ist ein simplifiziertes Beispiel, aber was man jetzt hier sofort machen kann, das ist BPMN, ein sogenanntes nicht unterbrechendes Zeitereignis, das heißt, die Engine wird jetzt selbstständig sicherstellen, dass nach einem Tag ein Token hier unten rausläuft, also dass ich den Part in Langlauf, aber deswegen ist es so gestrichelt, zusätzlich nicht unterbrechen. Also das ginge auch anders, das kann ich einfach in der Engine sagen, das konfigurere ich ein BPMN-Modell, und dann wird er eben zusätzlich runterlaufen, um zum Beispiel eine Eskalation zu gestrichen. Ja, mal ein anderes Beispiel. Und was ich jetzt mit dem Setup, auch mit der Plattform, also mit der Integration in den Container habe, ist letztendlich, dass ich so ein Prozessmodell einfach dazu stecken kann. Also das gehört ganz natürlich auch in meine Prozessanwendung dazu. Also ich habe Entitäten, ich habe EJVs für Transaktionssteuerung, oder ich habe Spring-Dienst, wenn ich Spring habe, und natürlich will ich auch meinen Prozess eigentlich einfach dazu stecken. Also das ist die Vision an der Stelle. Meiner Ansicht nach sind wir da sehr, sehr gut da drin. Also wir haben mit einigen Leuten gesprochen, die gemeint haben, okay, jetzt so langsam ist es ja wirklich keinen Stress mehr, die Prozessmaschine zu verwenden. Und genau das ist meiner Ansicht nach jetzt der Knackpunkt, dass man es jetzt auch wirklich einfach tun kann. Also das ist kein Overhead. Wir haben ein Magen-Architape, der erzeugt ein Projekt, mit dem ihr sofort loslegen könnt. Da stecken die ein, zwei Sachen drin, die ihr wissen müsst. Das ist nicht viel. Ihr setzt euch an für Abhängigkeiten, baut ein Bar oder ein Ear und deployt euch auf den Vorbereiteten im J-Box oder Glasfischen. Ich habe noch eine gewisse Grundhoffnung. Ich wurde auch letzt wieder gefragt, hey, kann man sowas nicht mal Richtung Standardisierung treiben? Also Richtung JSA. Ich fände das super interessant, aber es ist natürlich auch ein politisches Ding. Also aus einer technischen Sicht würde ich sagen, ja, das wäre genau ideal. So sollte man eigentlich nach sein. Nun gut, vielleicht eine Sache, wo wir an der Stelle sind. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu schnell, aber ich mache so ein bisschen Tempo, dass wir so ein paar Sachen durchkriegen und hoffe dann auf Fragen einfach. Was man an der Stelle auch machen kann, wir haben ja jetzt vielleicht Entitäten abgespeichert, also beispielsweise unsere Bestellungen und wir haben gewisse Zustände im Prozessmodell. Wo bin ich gerade oder in welchen Zuständen steht meine Bestellung? Was ihr machen könnt, ich sage nicht, dass das jetzt unbedingt so sein muss, aber was denkbar ist, wenn ihr in der gleichen Datenbank lebt, dann kann man jetzt durchaus auch so Joint Queries machen. Also wir haben dazu ein Tutorial, das kann man sich mal angucken. Also wir erlauben das grundsätzlich. Also das heißt, man kann sich auch von der SQL-Ebene runterbegeben und gewisse Custom Queries machen. Das sollte man jetzt natürlich irgendwie so lange lassen, wie es geht, aber es gibt gewisse Use Cases, gerade wenn ich so Joint Listsen habe oder auch gewisse Aufgabenlisten mit fachlichen Zusatzinformationen, das ist gerne mal ein Performance-Killer, aber an der Tool 3 kriege ich diese Daten ordentlich zusammen, dass es auf der großen Datenmengen noch funktioniert, inklusive Facination und Sortierung und vielleicht sogar suchen in dem ganzen Listsen. Deswegen finde ich es interessant, das einfach vielleicht mal im Hinterkopf zu haben. Wenn wir mal beim Java EE und beim Ich-Bau-Mir-E eine zusammengehörige Prozessanwendung sind, bleiben, habe ich euch noch ein zweites Beispiel mitgebracht, was auch nicht immer sofort jedem klar ist, aber wenn ihr in so einer beispielsweise Java EE-Welt unterwegs seid, also gerade CDI ist ein schönes Beispiel, dann könnt ihr zum Beispiel euch einen Order-Service bauen, das ist eine EJB, damit ist er sofort transaktional, ihr sprecht mit eurem Entity-Manager, wo ihr eure eigentliche Order ablegen wollt, und ihr sprecht mit dem Runtime-Service, der zum Beispiel eine Prozessinstanz starten will. Beides mache ich hier unten, also zuerst servitiere ich die Order, dann starte ich die Prozessinstanz und gebe ihm nur noch die Order-ID mit, ja, das ist auch übrigens ganz, also das ist auf jeden Fall Best Practice Prozess, in der Prozessmaschine möglichst wenig Daten speichern, also immer, wenn es geht, nur Referenz-IDs und die echten Daten in den echten Daten senken, also das könnte jetzt wie hier ein Entity-Manager sein, das kann natürlich auch ein Remote-Service sein, hängt ein bisschen, da kommen wir gleich noch drauf, von eurem Begriff. Okay. Das wäre mir wichtig, ihr seht, das ist ziemlich einfach, das ist total integriert, also einfach Ad-Inject-Runtime-Service, ihr seid in der Transaktionssteuerung drin, ihr seid in allem drin, also das ist ein super E-B, sehr, sehr cool. Und ihr könnt das übrigens auch andersrum machen, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vorhin die Expression-Language in Prozessmodellen angesprochen habe. Also zum Beispiel wollt ihr vielleicht, ich gehe mal zwei Kulien zurück, ne, drei, wollt ihr diese Entscheidung ja vielleicht auf Daten, die eigentlich in der Order persistiert sind, treffen. Ja. Was mache ich denn dann? Auch da kann man sich ähnlich wie hier sehr nett integrieren, zum Beispiel könnte ich sagen, naja, ich habe auch wieder benutztes CDI, einen CDI-Producer, wenn ihr CDI nicht kennt, stellt euch einfach für den Moment so vor, ich habe dadurch, dass das hier einen Namen hat, sobald ich über CDI, über die Expression-Language jetzt sage, Order, Punkt, also ich will mit einer Order reden, wird er diesen Producer, also diese Methode im Hintergrund selbstständig aufrufen, wird, und das ist jetzt unsere Integration in CDI, wir haben so eine eigene Business-Process-Bean, die weiß jetzt, oh, das wird aus dem Prozess aufgerufen, ja, das ist so ein Stück CDI-Magie, das ist einfach da, die wird aus dem Prozess aufgerufen, das heißt, die kann auch auf Prozessvariablen zugreifen, und kann dann zum Beispiel über den Entity-Manager die Order lassen, und das alles transparent im Hintergrund, also das ist so, wenn man sozusagen architekturell erlaubt, sehr, sehr nahe zu koppeln mit der Anwendung, das hängt jetzt davon ab, was ihr machen wollt, dann ist das einfach eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, da auch ziemlich einfach, was zu machen mit auch weniger. Gut, vielleicht mal auf die andere Ecke geguckt, das ist das, was sonst dann immer gerne gefragt wird, hey, aber jetzt hier so eine Prozessmaschine, ich will doch eigentlich hier so, orchestrierung machen, wie mache ich denn das, und das ist vielleicht interessant, also wir haben keine Konnektoren im Pool, und haben das auch, zumindest kurz bis mittelschrittlich nicht vor, das heißt, wir vertrauen eigentlich auch das Java-Ökosystem an der Stelle, ja, also wenn ihr zum Beispiel einen Web-Service aufruft, und das sind hier die typischen Stellen, ja, also ich rufen den Service auf, dann könnt ihr das hier einfach über Java machen, also ich habe, auch dazu gibt es eine Demo, die habe ich auch bei der OOP gemacht, die läuft jetzt auch übermorgen nochmal, als Kochshow, wo wir live gegen SAP und gegen Oracle antreten, einen Prozess zusammenzubauen, und da mache ich das genau so, ich benutze Apache CSS, da gibt es so einen kleinen, ja, auch Tooling letztendlich, das sehr, sehr einfach funktioniert, ziehe mir ein WSL rein, habe einen Java-Adapter dazu, den ich einfach verwenden kann, ja, also das ist nicht kompliziert, also meiner Ansicht nach, musste ich nicht zwingendermaßen dafür einen Click-Wizard haben. Auf der anderen Seite habe ich mich jetzt auch letztens mit einem, auf einer Konferenz mit einem unterhalten, die haben ein anderes Tool, die haben, also ich will jetzt nicht sagen welches, aber das ist auch eher so ein Zero-Code-Tool, da ist irgendwie alles schön integriert, da haben wir einen Wizard für Web-Services, der benutzt übrigens unter der Haube auch Apache CX-Apps, also fast alle größeren Specs benutzen CX-Apps unter der Haube, das ist so der Standard-Web-Service-Pack, wir hatten den aber in alten Versionen drin, und den konnten sie auch nicht auftauchen, und da ist man dann total dran gefangen, deswegen finde ich genau diese Flexibilität eigentlich super spannend, ohne dass es jetzt kompliziert sein soll. Wenn ihr jetzt ständig Web-Services aufruft, das euer Standard-Service-Case ist, könnt ihr natürlich auch hergehen und sagen, ihr baut euch mal einen generischen Adapter, das ist eigentlich ganz interessant, das heißt, wenn ihr hier so eine Klasse einhängt, dann könnt ihr der Klasse Felder geben, Attribute, die ihr über das Prozessmodell setzen könnt, ja, und so könnt ihr euch wiederverwendbare generische, ja, Adapter letztendlich in Java schreiben, für Web-Services vielleicht noch was blöd für Beispiele, aber wenn ihr euer eigenes System dabei ansprechen wollt, könnt ihr das machen und dann auch wiederverwenden. Wiederverwendung. Ganz interessant eigentlich. Also damit kann man sich schon so eine kleine Toolbox aufbauen. Naja, und die dritte Variante, was natürlich immer geht und was wir gerade auch viel machen in Projekten, wenn viel Integration gefordert ist, wenn es eher so ist, naja, dann hängen wir ein Integrations-Framework dran. Das kann ein ESB sein, wie sowas wie Mule machen wir gerade viel, da wird es demnächst auch mal ein gemeinsames Webinar geben, oder Camel oder Talent haben wir auch ein Projekt zusammen, oder auch IBM ESB, völlig egal eigentlich. Das kann aber auch nur ein Integrations-Framework sein, also Camel kann man auch einfach wieder als Framework da dran hängen, oder sowas wie Smooth als Transformation. Also da hat man so ein bisschen die Möglichkeiten auch. Das war mir nur an der Stelle wichtig. Ich komme gleich nochmal auf so ein paar Werte zurück, und auch auf Desktop-Bee zu sprechen, das ist vielleicht in den Zusammenhang ganz spannend. Wenn vielleicht noch eine Sache hier, wir haben uns jetzt den Weg sozusagen, wie kann ich einen Serviceaufruf aufrufen, angeschaut, wenn wir gerade mit ESBs integrieren, oder in der SOA sind die Wege hier oben noch interessant, wie kann ich meinen Prozess starten, die kann ich korrelieren, die kann ich quasi Antwortnachrichten auf einem Prozess korrelieren. Das wird dann typischerweise über die REST-API gemacht. Also wir können in der REST-API auch Korrelationen, da geht schon einiges. Die REST-API, von denen wir einfach mal, ja, anschauen. Also wir haben da eine ziemlich gute Doku inzwischen zu. Die ist, wie gesagt, recht vollständig, schon alleine deswegen, weil wir sie für die eigenen Tools verwenden. Wir haben die getestet auf allen Jaxx-Fs-Implementierungen, auf den verschiedenen Containern. Dann auch das vielleicht ganz spannend. Und eine Sache, die ich eigentlich erwähnen wollte, hier auf der Folie, deswegen habe ich sie, ihr könnt die REST-API euch auch als JAR-Abhängigkeit holen. Also ihr könnt die in eure eigene Anwendung einbetten, und ihr könntet die dann auch direkt erweitern, wenn ihr eigene Ressourcen dazuhängen wollt, oder sogar beschränken, wenn ihr sagt, ihr wollt noch gewisse Ressourcen nach oben bringen. Das heißt, auch die REST-API könnt ihr entweder out-of-the-box, aber eben auch frameworkartig einsetzen. Gut. Das war mal so ein bisschen der eher technische Schnellüberflug. Also ich habe euch viel nicht gezeigt. Wir haben auch sehr, sehr viele Beispiele. Da könnt ihr mal reinschauen. Wir haben so ein eigenes GitHub-Repo, wo die Beispiele verfügbar sind. Wir importieren nach und nach auch alle, die wir für Camunda-Fox schon hatten, auf Camunda-BPM, aber es sind jetzt schon einige drin. Zum Beispiel auch was wie, wie kann ich das mit Mule zusammenbinden, oder auch mit, na der Camel ist noch nicht portiert, kommt aber noch, oder wie kann ich Jules als Regelmaschine dazu pappen. Ansonsten haben wir viel auch schon in Projekten gemacht, mit verschiedenen User-Interfaces. Auch das immer sehr interessant. Also ich habe euch jetzt eine Möglichkeit mit JTF gezeigt, aber ganz wichtig, wir sind ja nicht an JTF genagelt. Ja, also ihr könnt ja benutzen, was ihr wollt. Also wir haben jetzt neuerdings tatsächlich viel HTML5. Das geht wohl gerade richtig los. Wir haben auch immer noch viel GWT und Vardin. Wir haben jetzt sogar ein Intubation-Projekt für einen PHP-Client für die REST-API. Das heißt, wir haben jetzt auch gerade ein Projekt mit PHP, was das ein bisschen tut. Auch ganz spannend, wir haben ein Projekt, was Orbion, das ist so ein Form-Designer, mit einer Form-Engine verwendet. Das heißt, was kann man sich dran stecken, wenn man sagt, hey, ich will aber wirklich auch mir meine Formulare zusammenklicken über so ein Visivics-Resert. Also man kann da noch ganz, ganz viel machen. Also das ist sehr, sehr spannend. Wir überlegen auch durchaus, jetzt nochmal regelmäßiger Webinare zu punktuellen Themen dazu anzubieten, dass man so ein bisschen einzelne Highlights mal mehr bringen kann in der Tiefe. Auch da lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet und ob das Spannende verurschtet. Gut. Ich will mal einen Brückenschlag noch zur BPMN machen. Auch das jetzt eine benutzte Frage. Ihr macht jetzt BPMN. BPMN ist ein Standard für alle, die das vielleicht noch nicht so gut kennen. BPMN 2.0. Es gibt einen sehr empfehlen, den vielen Versuch, was wir geschrieben haben. Ist ein recht mächtiger Standard. Also hier seht ihr mal so die Symbole, die so BPMN kann. Vielleicht an der Stelle mal kurz live gezeigt. Also wir haben eine Dokumentation. Also ich fange mal an. Ihr geht typischerweise ja auf kamunda.org. Dann habt ihr übrigens auch BPMN hier auch ein Tutorial. Also wenn ihr BPMN lernen wollt, dann könnt ihr das hier auch tun. Also das ist jetzt nicht technisch, wirklich BPMN. Aber wir haben eben auch die Dokumentation für die ganze Engine. und da gibt es auch die BPMN 2.0 Referenz. Und da haben wir auch die Coverage immer online für den aktuellen Stand. Alles, was hier orange ist, das können wir. Also ihr seht, da sind wir schon recht gut unterwegs. Könnt ihr gerne im Chat sagen oder fragen, wenn euch was Spezielles fehlt. Auch meiner Projekterfahrung war so, dass wir jetzt wirklich einen guten 98% Stand haben. Wir werden jetzt relativ bald einmal noch Escalation machen und dann fällt mir aber auch nicht mehr viel ein, was es gibt. Also das zur BPMN Coverage erstmal von der Engine. Das zweite Thema, was natürlich bei der BPMN sehr spannend ist, ist der ein oder andere Markt interessieren. Ich will das hier jetzt nicht vertiefen, weil ich gesagt habe, das ist ein technisches Webinar. Aber dieser Brückenschlag zum Fachbereich halte ich doch für sehr, sehr spannend. Also auch vor allem für den Techie oder für die MC-Abteilung, weil wir es jetzt oft auch in den Projekten geschafft haben, mit BPMN-Prozessmodellen auf der einen Seite, die wir dann aber auch durchaus mit fachlichen Informationen füttern und in ein Format bringen, wie wir es auch wirklich mit dem Fachbereich diskutieren können, dort auch zu punkten. Also dort nicht wahrgenommen zu werden, als die Nerds, die da unten im Keller irgendwas hacken, sondern tatsächlich auch was bewegen zu können, auch methodisch und BPMN und auch Prozesse, Geschäftsprozesse einfach voranzubringen. Eine Sache, die wir dafür eben machen, ist dieser ominöse Roundtrip, der immer so viel diskutiert wird gerade. Ihr habt vorhin unser Tool gesehen in Eclipse von der Idee her eben für den Entwickler. Wir haben übrigens kein IntelliJ-Plugin, wird gerne gefragt, aber nein, haben wir nicht. Das heißt Eclipse. Und auf der anderen Seite der BPMN-Modeller, den eben für so einen Fachbereich benutzt. Also hoffentlich kein Ares, weil das kann nicht ordentlich sein bei Null. Aber eben andere, wie ein SIGN-HW oder ein Agones oder ein iCraftix, die können das schon ein bisschen besser. Das heißt, wir können auch mit diesen Tools dann eben zusammenarbeiten. Wir haben da eine schöne Tabelle im Netz, wen das interessiert, welche Tools, wie gut funktionieren. Und dafür haben wir dann auch ein Tool, das sieht genau so aus. Da kann ich dann meine Prozessmodelle einfach in, zum Beispiel in meinem SVN-Entwicklungs-Propo für den Techie mit dem fachlichen Modellierungsartepark verknüpfen. Und dann letztendlich sehe ich immer, ob die in SYNC sind oder nicht. Oder wann ich synchronisieren muss in die eine oder die andere Richtung. Das macht es einfach relativ trivial, diesen Round-Shit wirklich zu leben. Also BPMN 2.0 als Standard erlaubt es uns, überhaupt Round-Shits zu machen. Und mit dem Tooling kriegen wir es inzwischen ganz gut auch in die Praxis gebracht. Und das erlaubt es dann eben auch, BPMN als Prozessmodell tatsächlich sehr viel zur Visualisierung zu benutzen. Also wir haben das in der Taskliste gesehen, wir haben es im Cockpit gesehen, wir haben hier mal auch Beispiele, wo wir zum Beispiel Adonis-Modelle verwenden zur Visualisierung. Also da kann man sehr, sehr, sehr viel machen. Das ist ein bisschen. Gut, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich möchte noch auf eine Sache auf jeden Fall eingehen, die vielleicht den einen oder anderen interessiert. Wir haben ja im März Activity Geforced, also das Activity Open-Source-Projekt, haben wir drei Jahre lang mitgearbeitet. Das sind auch die Core-Engine, die wir noch drin haben. Und natürlich wird immer wieder gefragt, hey, warum habt ihr das gemacht? Oder was ist denn da eigentlich passiert? Und das ist eigentlich sogar ziemlich triviale Geschichte. Also vielleicht sollte man als Hintergrund wissen, dass wir zumindest im letzten Jahr eigentlich die ganze Arbeit im Activity-Projekt auch gemacht haben. Also wir haben neun Vollzeitleute inzwischen daran sitzen, die nichts anderes machen, außer entwickeln. Und wir haben doch sehr andere View-Cases. Also wir machen das, was ich jetzt als Enterprise BPM bezeichnen würde. Also ja, letztendlich kann man sich ja vorstellen, wir haben gerade einen Kunden, da geht es darum, zwei bis drei Millionen Prozessinstanzen am Tag durchzuschieben. Also da geht es um Bestellungen. Oder wir hatten auch schon einen mit 55.000 im Energiebereich pro Stunde, die durchzuschieben sind. Und dann teilweise sogar mit SLA, also wenn es dich verzögert, kostet das richtig Geld. Wir haben da Monitoring-Anforderungen, wo man sich gewisse Dinge immer wieder besser angucken muss, wo sofort jemand eine Lampe angehen muss, wenn irgendwas hängt. Also das ist einfach eine ganz andere Geschichte als das, womit als Restor Activity gestartet hat, nämlich, wir wollten ein Embedded Engine vor allem für ihr ECM-System, also eher sowas wie Dokumentenfreigabe. Da gibt es erstmal ganz böse, trivialere Prozesse. Und das ist einfach eine andere Zielsetzung, und das haben wir immer wieder gemerkt. Das hat immer wieder geknirscht an vielen Stellen. Ich habe das mal nochmal so visualisiert. Und das in der Kombination mit dem, wir haben gemerkt, dass das, was wir visionsmäßig vorhaben, tatsächlich eine gute Idee ist. Also das kam ja wirklich sehr, sehr gut an bei den Kunden. Wir haben sehr viele Projekte gemacht im letzten Jahr damit und haben gesagt, okay, da wollen und müssen wir jetzt auch richtig Gas geben, denn ihr erinnert euch, ich will BPM zu allen Java-Leuten bringen, und dazu muss man es auch richtig machen. Dazu muss man es auch verfügbar machen, deswegen übrigens alles Open Source, komme ich gleich nochmal ganz schnell dazu. Ein interessanter Punkt ist übrigens dieses Best of Feed versus Ease of Use, da sind wir immer wieder gerade dabei. Also wir wollen ja sehr, sehr frameworkartig auf der einen Seite sein, aber trotzdem sehr, sehr einfach benutzt auf der anderen Seite. Also ich glaube, das ist eine der zentralen Herausforderungen, die wir gerade haben. Ein schön plakatives Ding ist immer noch, wir haben ja über, auf Kamunda-Org jetzt immer mehr die Ambition, auch Business-Analysten mit abzuholen, mit der Seite, mit der Community und auch das, was wir bei Activity einfach nicht leisten können. Das heißt aus unserer Sicht, Activity ist eben tatsächlich in Anführungszeichen nur die Engine, die eben dann als Rest-BGM noch eingebettet ist und mit Kamunda-BGM bekommt ihr eben tatsächlich den kompletten Spekt für Enterprise-BGM-Projekte, wo natürlich die Engine Teil davon ist, die aber zum Beispiel auch Determine 2.0 ernster nehmen oder wir haben jetzt gerade sehr viel Richtung Performance gemacht, aber ich habe vielleicht noch eine sowieso eine Folie dazu. Das heißt, da machen wir einen Weg. Was sind die Unterschiede zur Activity-Stand heute? Da passiert noch relativ viel, also das ist jetzt mal, der Balken soll zeigen, wo wir ungefähr heute sind. Das heißt, wir haben ein komplett anderes Eclipse-Plugin, wir haben diese Shared-Truths-Engine, die Integration in die Application-Server, wir haben eine neue REST-API, wir haben die ganzen Web-Tools, also Cockpit als Monitoring, auch das übrigens Open Source, haben wir uns jetzt relativ kurz angeguckt, da sage ich vielleicht gleich nochmal was dazu, vielleicht zeige ich zumindest eine Sache dazu schnell, die ich zeigen wollte. Wenn wir uns Cockpit anschauen, seht ihr, hier unten, da kann ich in Prozesse reinschauen, wo stehen die gerade, das habe ich euch vorhin gezeigt, aber ganz spannend, das hier oben ist ein Plugin, das habe ich selber mal am Sonntagnachmittag geschrieben, wie mir langweilig war, das heißt, wir haben ein Plugin-Konzept, auch für das Monitoring, um zum Beispiel gewisse Dinge, die ihr selbst im Monitoring als Anforderung habt, spezielle Sachen einfach reinzukommen. Ja, nicht das Ganze ein ganz eigenes Monitoring schreiben zu müssen, aber einzelne Dinge auszutauschen, einzelne Sachen einzuplatten. Das ist was, was wir jetzt einfach gelernt haben, dass uns das in den Kundenprojekten sehr, sehr viel hilft. Also das ist so ein Thema, Correlation Support, habe ich gerade gesagt, wir haben ein bisschen mehr Correlation Support, waren auch in der REST API, wir haben, ich gehe jetzt nicht über alles drüber, wir haben Async, das ist vielleicht, kennt das der eine oder andere, Async Continuation, wir sind gerade dabei auf Async on End, also wenn ein Task abgeschlossen ist oder Ex-Error, wenn ein Fehler passiert. Wir machen gerade sehr starke Performance Improvements, das ist tatsächlich, weil wir einen sehr großen Projekt haben, da haben wir nochmal ein paar Sachen jetzt doch gefunden. Wir dachten, wir wären schon extrem schnell, waren wir auch, aber wir konnten noch schneller werden. Da werden wir, denke ich, auch mal demnächst dazu blocken, was das ausmacht. Wir bauen gerade, Stichwort Authorization, einiges ein, dass das besser konstruierbar ist, also dass wir einfach auch an LDAP rankommen, an JAWS rankommen, an andere Dinge rankommen. Das ist vielleicht ganz interessant. Ja, wir haben gerade die History ein bisschen aufgemöbelt, wir wollen noch ein paar Sachen, habe ich gesagt, an LDAP 2.0 machen, aber ihr seht, da passiert schon einiges. Also das ist das, wo sich tatsächlich auch über die Zeit jetzt auseinander entwickeln wird. Also gerade dieses Thema Performance Improvements und History sind auch Dinge, da entwickelt sich es auch tatsächlich durchaus auseinander, weil das auch Auswirkungen auf Daten macht. Wenn ihr Stand heute übrigens nicht kreieren wollt, ist das ganz einfach, wir haben da auch eine Seite dazu, ich gehe da jetzt nicht im Detail durch, ihr müsst einfach nur die Maiden-Abhängigkeit aus JAR austauschen, dann haben wir vor allem die Packages renamed und ein paar einzelne Klassen sind umbenannt worden, da haben wir eine Liste im Web, das könnt ihr euch einfach mal anschauen. In normalen Projekten reicht, ihr tauscht die Abhängigkeit hier aus und drückt in Eclipse-Schrift-O für Organized-Import und das sollte einfach sein. Wer Fragen hat, auch im Zweifel im Forum gerne fragen. So, wie geht das weiter damit? Auch da, ihr könnt auf www.kamunda.org, wenn ihr runterscrollt, seht ihr immer die Roadmap, wir haben immer die nächsten 20 Punkte in priorisierter Reihenfolge online. Ja, also das verlinkt dann auch direkt in Jira-Epic, da könnt ihr auch reingucken und dann könnt ihr in die Jira-Issues reingucken, wenn ihr wollt, also eine sehr, sehr hohe Transparenz, auch im Projektvorgehen. Wen das interessiert, im Hintergrund arbeiten wir übrigens mit Kanban in unserem Projekt und releasen aktuell alle zwei Wochen an Alpha. Da könnt ihr dann reinschauen, was gerade wieder so Sache ist. Ihr seht hier auch, was zur 7.0 noch alles passieren soll, ja, da sind wir bis zur 7.0 und auch das Interessant, da werde ich auch immer wieder gefragt, die 7.0, ich habe nachher noch eine Folie dazu, kommt zum 31.8. Also das ist jetzt auch nicht mehr lange hin. Wir haben jetzt auch schon zwei Projekte, die mit einer Alpha 5 online gegangen sind, also das ist nicht mehr instabil. Ihr könnt schon durchaus damit anfangen, wenn ihr euch anguckt, was wir eigentlich noch machen, dann müsst ihr vor allem Cockpit noch fertig machen und da könnt ihr durchaus schon jetzt loslegen. Die Core Engine ist ja tatsächlich stabil. Gut, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Ja, das kriegen wir noch gerade ganz gut durch. Vielleicht noch interessant, auch Geschäftsmodell ist ja immer wieder eine Frage. Wir hatten ja mit Camunda Fox schon tatsächlich eine Enterprise Edition von den Activity damals am Start. Wir haben das jetzt natürlich für Camunda BPM auch. Das hat sich eigentlich nicht verändert. Das heißt, ihr könnt eine Enterprise Subscription abschließen. Was ihr dafür bekommt, zeige ich euch gleich mal noch. Und ansonsten, das ist vielleicht ganz interessant, jetzt an der Stelle noch, klar, wir selber bieten Trainings an. Da könnt ihr bei uns auf die Homepage gucken, könnt Camunda BPM lernen, könnt BPM lernen. Wir kommen aber auch gerne zu euch. Das machen wir gerade sehr, sehr viel. Also gerade Falk und ich sind viel unterwegs, bauen zum Beispiel TOCs in fünf Tagen eine laufende Prozessanwendung in eurer Umgebung mit eurem Prozess, sodass man danach nochmal sehr gut abschätzen kann, und dann, ob das einem passt oder nicht passt und wie man am besten weitergeht und was man auch lernen muss, nicht lernen muss. Wir haben inzwischen auch ein ganz aktives Partnernetzwerk, auch das denke ich ganz spannend, die dann wirklich Projekte auch mit dem Stack machen, die auch Ressourcen haben, die damit umgehen können. Also wenn man jetzt wirklich in größere Projekte gehen will, leisten das typischerweise nicht wir, sondern eher dann die Partner. Was ist der Unterschied Enterprise von Unity? Ihr seht das, vielleicht die gute Nachricht, sozusagen vorneweg, und der ganze Stack des Open Source verfügbar. Also ihr bekommt alles zum Runterladen, zum Ausprobieren zu machen. Es gibt zwei Einschränkungen, die euch aber nicht davon abhalten sollten, dass wir in kleinen Projekten auch produktiv zu nehmen. Nämlich einmal die kommerziellen Application Server sind nicht in der Open Source Disco dabei, also Wettbewerb und der Blotting. Und im Cockpit haben wir so ein paar Enterprise Features, die wir nur als Plugin in der Enterprise Edition verfügbar machen, also beispielsweise was wie Ball-Change. Also ich will im Batch 100.000 Prozessinstanzen korrigieren oder solche Geschichten. Also schon Dinge, die ich in sehr großen Szenarien brauche. Also ihr bekommt ein Cockpit, ihr bekommt ein Monitoring, das heißt, ihr könnt auch mit Open Source mal starten, könnt euch alles mal angucken, könnt das komplette Vorgehen verproben, auch inklusive Round-Shift und Cycle und was auch immer. Und wenn es dann ernst wird, dann, das ist übrigens eher das Spannende, schließen die meisten Kunden ja deswegen den Vorteil sehr unten ab, also sowas wie, ihr bekommt den Support, wenn ihr wollt, bis zu 24 mal 7 SLA, könnt ihr euch in dieser Zeit anrufen, wenn in Produktion irgendwas steht oder es ein Problem gibt. Haftungsfreistellung ist oft interessant, ihr kocht halt ein Produkt, das heißt, wir sind der Hersteller, sind auch in der Produkthaftung, müssen auch gerade stehen. Und was hier so als erweiterte Qualitätssicherung steht, möchte ich mal mit einer anderen Folie untermauern, das ist oft nicht jedem bewusst, aber das ist das, was die eigentlich, die kommerziellen Open Source-Anbieter eigentlich alle machen. Das heißt, wir arbeiten immer auf der Open Source-Edition, gerade ja auch schon so, wir bauen an der 7.0. Wenn die 7.0 released wird, also GA, General Availability, dann bauen wir ja Open Source an dem weiter, dann ist das schon eine 7.1.0 Alpha. Wenn es dann einen Bug gibt, fixen wir den, aber dann ist der halt in der Alpha gefixt, und wenn ihr quasi, was wir auf den Enterprise-Bahnstift machen, ist, wir machen auch ein Bug fix-Backporting. Das heißt, ihr bekommt auch hier noch echte Patch-Releases für die Version, die ihr in Produktion habt und könnt dann auch vielleicht von einem Tag auf den anderen sofort migrieren und sofort diesen Bug beheben, ohne dass ihr jetzt auch irgendeine Alpha müsst oder dass ihr selber backporten müsst oder dass ihr tagelang auch nur ein U-Forten müsst. Das ist eigentlich so auch eine Wechselleistung. Wenn man sich übrigens fragt, diese QA, erweiterte QA, klingt immer so toll. Ich habe es nur mal rausgezogen. Daniel hat auch jetzt getwittert dazu. Wir machen inzwischen wirklich sehr, sehr viel. Das ist, denke ich, auch spannend. Also wir haben eine nette Jenkins-Umgebung mit. Wir haben vorhin mal durchgezählt 17 VN mit verschiedenen Datenbanken, mit den verschiedenen Application-Servern. Das heißt, jeder Commit wird in jeder Kombination auch tatsächlich getestet. Vor einem Release wird alles getestet. Da gibt kein Release, was wir auf Knopfdruck erzeugen können, raus, ohne dass das hier durchgeschippert wird. Das heißt, wir haben inzwischen einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard und sind damit auch sehr, sehr glücklich. Das heißt, wir haben einfach sehr gute Gefühle bei jeder Änderung, die wir machen. Wir können da sehr gut arbeiten. Und wir ließen, wir haben auch zum Beispiel für den Eclipse-Modeller haben wir wirklich automatisierte Tests, die da mal wirklich so stundenlang in der Nacht durchlaufen und das Durchklicken, alle Use Cases und so weiter. Also da sind wir, glaube ich, einfach jetzt sehr, sehr gut. Ja, genau. Dann ganz schnell, dass wir noch Zeit für Fragen haben. Da brauche ich jetzt nicht mehr so drauf eingehen. Ich habe es vorhin schon gesagt. Wir haben einfach ein sehr, sehr ambitioniertes Team. Wir kommen momentan sehr gut vorwärts. Wir haben auch so ein startendes Ökosystem und Content-Gutern. Sehr, sehr gerne ansprechen, wenn euch das interessiert. Ja, also dann, genau, sagt Bescheid. Ah ja, Hinweis in eigener Sache. Ich wollte ihn irgendwann einstreuen, wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, ist alles cool, aber kann ich ja bei meinem Job, ich halt gar nicht gebrauchen. Time for change, keine Ahnung. Ich spreche mich gerne angesuchen gerade. Auch Technical Consulting vor allem. Den Hinweis wollte ich doch loswerden. Ansonsten auf Camunda.org findet ihr ein Forum. Da könnt ihr fragen. Ihr findet unsere Tweets, klar. Also den könnt ihr followen. Da könnt ihr jetzt schreiben, dass Camunda ganz toll ist oder dass das Webinar ganz toll war. Dann sehen das auch alle auf der Homepage. Und wir haben diese Meetings. Das wollte ich als allerletztes hier noch erwähnen, ganz schnell. Das ist nämlich interessant. Nämlich wir haben einige Meetings wirklich regional aufgesetzt. Das heißt, ihr könnt mal, das ist die aktuelle Liste. Wir sind nächste Woche in Dortmund. Frankfurt, Karlsruhe, München, Hamburg, Stuttgart, in der Schweiz mal wieder. Also einfach mal gucken, ob was für euch passt. Das ist dann auch weniger Frontbeschallung, sondern mehr Diskussion. So ist die Idee. Wenn ihr selber was anbieten habt, ihr habt ein Projekt gemacht, ihr habt Erfahrung, ihr wollt was diskutieren, schickt einfach eine Mail. Oder ihr habt einen Raum anzubieten, auch immer sehr gerne. Schickt eine Mail, dann gucken wir, ob wir da was machen können. Suchen wir immer gerne. Und kommt auf jeden Fall, wir haben sehen Community Day in Prag am 18. Oktober. Das ist ein Freitagnachmittag, inklusive Freitagabend. Gerne, wer will. Da gehen wir schön ein bisschen Freibier trinken. Kommt gerne vorbei, meldet euch rechtzeitig an. Plätze sind begrenzt, wie immer. Würde mich freuen, dann viele auch mal in der Tour war zu sehen. Genau, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. save the date, habe ich gesagt, einträglich ist after GDA. Es gibt eigentlich keinen Grund, sich heute schon mal das anzuschauen. Und dann bin ich gerade so in der Zeit geblieben und würde mal gucken, ob wir Fragen hatten, Falco. Ja, wir hatten ein paar Fragen am Chat. Erstaunlicherweise hast du viele davon schon ganz gut im Talk beantwortet. Ein paar Sachen sind trotzdem, glaube ich, noch ganz interessant nochmal aufzugreifen. Eine Frage, auch schon am Prinzip angesprochen, war die Frage, ja, wie sieht eigentlich unsere Roadmap für die nächsten Wochen aus, für die einzelnen Komponenten und insbesondere, wann gibt es neue Features im Modeler oder wann wird am Modeler das nächste Mal gearbeitet? Alles klar. Ja, also kann ich ganz gut ja wirklich an der Roadmap festmachen. Da sieht man hier unten, gerade wenn wir insbesondere den Modeler uns anschauen, also wir sehen ja, dass eben jetzt momentan an der Engine noch REST-ATI fertig gemacht wird, dass wir diese Authentizierung gerade einbauen im Moment und dass wir Cockpit jetzt einfach noch ein bisschen Feature-Complete machen, dass man damit arbeiten kann. Die History wird noch zu 7.0 passieren, das ist es dann auch ungefähr bis 1.1.8. Man sieht gerade insbesondere der Modeler, da machen wir jetzt vor allem dringende Bugs. Ansonsten ist der jetzt tatsächlich ein bisschen nach unten geschoben worden, vor allem, weil wir gesagt haben, den Modeler kann wir jederzeit zwischendrin auch gerne releasen. Eine 7.0 brauchen wir jetzt stabil am Start, vor allem mit allen Kernkomponenten zur Laufzeit, also weil, wenn das mal läuft, produziert beim Kunden, ist ein Upgrade ja immer ein Problem. Beim Modeler ist das vergleichsweise unproblematisch. Deswegen haben wir das tatsächlich etwas nach unten geschoben, aber da wird es jetzt dann, naja, nach dem 31.8. relativ bald auch wieder weitergehen. Ansonsten gerne einfach mal selber hier durchgucken. Okay. Dann die nächste Frage war, wie genau arbeitet Cycle mit dem BPMN-XML? Also was wird da genau synchronisiert und was wird vielleicht auch unterstützt? Ja, wenn wir jetzt zu Cycle mal schauen, naja, Cycle, letztendlich arbeitet das Anfang mit dem BPMN 2.0 XML und jetzt können verschiedene Tools das X oder importieren. Ja, sobald ein Tool das X und importieren kann, können wir mit ihm grundsätzlich Raumtrip machen und im einfachsten Fall, jetzt mal banal gesagt, heißt das, wir schieben Dateien hin und her. Ja, also XML-Dateien hin und her schieben. Also wir holen uns das aus dem Tool raus und wir schieben das vielleicht auch wieder zurück. Wenn es gut läuft, hat das Tool auch eine echte API, also eine Schnittstelle, damit ich das Prozessmodell über eine API automatisch da auflesen kann, zum Beispiel wegen Navio. Und dann kann man wirklich auf Knopfdruck das hin und her senden. Das ist eigentlich XML. Da machen wir ein, zwei Sachen da drin. Beispielsweise können wir, ja, wenn man wirklich große Kollaborationen hat, dort auch nur den relevanten Teil für die Engine ausschneiden. Das sind aber fast schon eher Kleinigkeiten. Also das ist jetzt gar nicht, glaube ich, so in der Tiefe relevant. Wenn das aber spannend ist, gerne mich nochmal einfach im Nachgang kurz persönlich an die Seite noch an die Engine. Also ich glaube, das führt jetzt zu weit, das nochmal komplett aufzuhören. Ja, genau. Ja, dann haben wir noch so ein bisschen politische Frage. Ja, im Prinzip, du hast ja schon ein bisschen was zu dem Fork von Activity gesagt. Und da war nochmal so eine Nachfrage, ja, was hätte man im Activity-Projekt nicht machen können? Beispielsweise gab es, ja, irgendwelche Streitpunkte, die nicht aufgelöst werden konnten? Naja, es gab nicht den einen großen Streitpunkt. Es gab immer wieder im tagtäglichen kleine, kleine Zählereien. Also vielleicht mal ein konkretes Beispiel, dann wäre dieser Business-Rule-Task in der BPMN, den Activity mit Jules verdrahtet hat, hart, wo wir gesagt haben, das passt nicht in unsere Projektrealität, weil Jules ist zwar manchmal im Einsatz, aber auch das ist einfach ein Service, der dahinter steckt, oder ein J-Rules, oder eine ganz andere Regelmaschine. Das heißt, wir wollen an dem Business-Rule-Task eigentlich irgendwas anbinden können. Das heißt, er verhält sich bei uns wie ein Service-Task. Das fand ich aktivitivlich gut, weil das ja dann ein Service-Task wäre, aber auch Business-Rule-Task sichtbar ist für uns tatsächlich wichtig, dass das ein Business-Rule-Task bleibt. Das ist nur ein Beispiel. Auch gewisse Dinge, die wir in der Plattform, diese Container-Institution gemacht haben, haben wir eben um die Engine rumrum gebaut. Und das sind einfach Dinge, die halten tatsächlich ein bisschen auf. Und dann ist es auch schwierig, ich hatte vorhin gesagt, Ease of Use, wir wollen den Leuten auch Getting Started einfach machen, den Leuten erstmal zu erklären, naja, du hast hier die Activity-Engine, doch sagen, wir können unter Post-Plattformen, so kriegst du das zusammen, mit den Versionen passt das. Und das hat einfach ein bisschen geknirscht. Und wir haben gesagt, in der Konstellation, wo wir sowieso die Arbeit machen wollen, wir da Gas geben können. Also ich hoffe, dass das haltlichst verständlich dabei rüberkommt. Ja, okay. Dann gab es gerade noch eine Frage, gibt es Überlegungen in Richtung JTA in Java EE Containern? Beziehungsweise wie könnte sowas aussehen? Ich sehe, ich sehe es im Chat, ich verstehe die Frage noch nicht ganz, noch nicht komplett. Na, dann kann ich es vielleicht versuchen, so grundsätzlich haben wir ja eine JTA-Integration in den Application Servern und insofern ist das eigentlich schon ein gelöstes Problem, wenn es jetzt da nicht noch spezielle Anforderungen gibt. Also ich frage, vielleicht nochmal Daniel gefragt, ist das JTA oder JTA? Also weil JTA, sobald wir im Container laufen, haben wir ja JTA-Integration. Wir arbeiten ja mit den Transaktionen drin. Und auch, sobald wir asynchron sind, ist das auch kein Problem, weil wir letztendlich dann einen eigenen Thread zwar haben, aus dem Threadpool des Containers übrigens, aber dann halt eben unsere eigene Transaktion aufmachen. Transaktion bei echten Langläufern, alles klar. Gut, das ist schon jetzt Frage verstanden. Ja, Transaktion bei Langläufern heißt eigentlich aus der Sicht, wir haben doch hier ein Prozessmodell dazu, ja, dann nehmen wir mal das hier. Ist ja typischerweise sowas. Also das heißt, wenn ich hier einen Service-Task aufrufe, der jetzt wirklich einen Langläufer aufruft, der über mehrere Minuten geht, und wir da tatsächlich ein Transaktions-Timeout bekommen, dann ist das grundsätzlich eine schlechte Idee. Also das ist in JTA schon eine schlechte Idee. Transaktionen sollten so kurz wie möglich sein. Das heißt, man geht dann meistens auf tatsächlich Synchronität. Das heißt, ich würde vielleicht hier vorne einen Request abschicken und würde dann warten, bis man ein Response kommt. Ich würde versuchen, das rauszuziehen, aus der Prozessmaschine. Macht meistens Sinn. Also theoretisch kann man auch Transaktions-Timeouts hochsetzen. Also ich halte das jetzt spontan nicht so für clever, müsste man jetzt aber im konkreten Fall vielleicht mal das nicht. Ich weiß nicht, ob das die Frage haltlich ist. Ich hoffe jetzt einfach. Okay, dann gab es noch eine Frage, eine letzte, die bei mir angekommen ist. Für Activity gab es ja so ein Community Contribution, wo dynamische Prozesse erstellt werden, also die irgendwie generiert werden und quasi die Frage ist, ob es bei K100er auch irgendwas in der Richtung geben wird. Was ist denn da genau gemeint? Weißt du das? Also geht es um sowas wie dieser, dass Bilder dynamisch erfolgen können oder dass man wirklich Prozesse sich über API oder über irgendwie tabellarische Formen zusammenarchieren kann? Soweit ich das Projekt kenne, geht es da darum, dass da irgendwie eine Java API für BPMN verwendet wird. Im Prinzip die gleiche API, die auch irgendwie von den Activity Tools benutzt wird, um sich dann dynamisch so einen Prozess zu generieren. Ja, okay, wenn es war. Ja. Ja, sind wir durchaus am Überlegen. Ehrlich gesagt, das ist nicht konkret auf der Roadmap, weil wir den Use Case tatsächlich nicht so oft hatten. Aber gerne mal einen Vorbescheid sagen oder mal anklopfen und sagen, hey, das ist interessant. Wir brauchen das. Bitte immer mit so ein paar Informationen, was ihr damit machen wollt, dass wir das so ein bisschen nachvollziehen können. Das ist immer hilfreich. Dann kann man da schon überlegen, im Moment ist es meines Wissens nicht konkret auf der Roadmap, weil wir tatsächlich eher Prozesse vor der Nase haben, wo wir, naja, fast mal blöd gesagt, eher drei Wochen lang hin und das BPMN diskutieren, bis es sich klar ist, wie der Prozess laufen soll. Also es sind fast eher unsere Queer-News-Tests. Okay, das war es dann eigentlich, was bei mir an Fragen angekommen ist. Ich frage dich mal kurz, ob bei dir als Organizer noch mal irgendwelche Private Messages aufgeschlagen sind, die ich nicht gesehen habe. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Gut, da kam noch mal die Frage, ob ich auch Prozesse automatisieren kann, die in einem anderen Modellierungstool erstellt wurden. Ja, also wenn das gültiges BPMN 2.0 ausspuckt, grundsätzlich ja, man muss sich dann halt so diese Information, die wir ja zusätzlich dran gepackt haben, dann im XML noch dazu packen. Das sind sogenannte Extension Points. Das muss man dann halt selber machen. Aber grundsätzlich denkbar. Also klar. Da würde ich vielleicht sogar noch kurz ergänzen, dass es aktuell bei der OMG auch eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema, dem Austausch von BPMN-Prozessen zwischen verschiedenen Werkzeugen gibt. Und da sind wir als Camunda natürlich auch daran beteiligt, weil wir ein sehr großes Interesse daran haben, auch andere fachliche Tools zu unterstützen. Und ein ganz konkretes Outcome war auch schon, dass wir jetzt neben Signavio auch ganz intensiv mit Adonis zusammenarbeiten, um diesen Roundtrip hinzubekommen und dabei auch alle technischen Attribute zu erhalten. Und das sieht auch schon sehr gut aus. Ja, wer noch kurz entschlossen morgen nach Berlin kommen will, kann sich auch das ab dem, wie heißt denn hier, um die Summer States live angucken? Ja, richtig, genau. Aktuell die ganze Woche findet in Berlin ein Technical Meeting der OMG statt. Und morgen trifft sich diese Arbeitsgruppe für Modellaustausch von BPMN-Modellen. Da gibt es auch eine kleine Demo. Die wird aber garantiert auch nachher im Internet als Video geben, dass man sich das mal anschauen kann, wie der so der aktuelle Stand der Tools ist. Jo, da freue ich mich auch schon drauf. Na gut, ich habe noch eine letzte Frage bei mir im Chat gefunden, nämlich, ob wir auch andere Telekommunikationskunden haben, außer einzeln, einzeln, Freenet. Und ja, haben wir. Wobei wir Mnet noch sagen dürfen, und alle anderen sind leider nicht offizielle Referenzgründen, deswegen lassen wir es dabei. Also wir haben noch, aus dem Kopf, weil es gerade drei größere, wo ich zumindest noch Hoffnung habe, dass wir irgendwann Referenz werden, aber im Moment sind vor allem die zwei, die wir offen sein. Na gut, gut, also, wenn noch jemand hat, ich kann meinen, ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber hier kam noch die interessante Frage, wird in Zukunft auch wieder eine ORGI-Unterstützung angeboten? Ja, die Frage kommt tatsächlich öfter. Das ist sehr interessant, also auch da ähnlich wie das andere bei uns. Es ist momentan in den Projekten, die wir haben, nicht so mega relevant, muss man sagen. Das heißt, wir treiben das gerade nicht selbstständig so arg. Wenn das aber jetzt aus der Community käme, sehr, sehr gerne, also wir streuten uns auf keinen Fall dagegen, oder wenn jetzt natürlich irgendwie anfangen, die Kunden alle zu sagen, hey, wir wollen OSGI, könnte das auch anders aussehen. Meine persönliche Wahrnehmung ist gerade so ein bisschen, dass es diese eher Enterprise-Geschichten tatsächlich ein bisschen abnimmt, also Spring hat sich ja gerade auch sehr gegen OSGI positioniert, Java EE ja sowieso schon immer und ich habe jetzt auch von einigen Projekten, die ich gesehen habe, hat es schon auch Probleme gemacht, diese sehr, sehr fein, granulare, ja, Modulmanagement von OSGI, was schwierig ist, weil die Einheiten einfach sehr klein sind. Das heißt, von unserer Seite wird es gerade nicht extrem getrieben, aber gerne von der Community, also wir werden uns auf jeden Fall nicht irgendwie dagegen wehren. Okay, danke. Haben wir noch Zeit für eine weitere Frage? Also, wegen mir kann ja, also jeder kann ja jetzt aussteigen, wenn er möchte. Von dem her haben wir gerne noch Zeit, also wenn noch Fragen sind, würde ich es einfach offen lassen. Ich nehme es keinem übel, der sich aufklingt. Ich habe ja auch gerade noch zwei bekommen, deswegen, aber dann lacht sie mal. Die Frage ist, wie geht man in der Entwicklung damit um, dass sich Schnittstellen ändern und die Prozessmodelle gegebenenfalls eine Anpassung der Schnittstellen erfordern, bei der die Implementierung sich im Laufe der Zeit abändert? Okay. Gerade gar nicht schriftlich, warum mir das wäre hilfsreich bei der Frage. Also, im Prinzip geht es um was, wenn der Service ändert, den ich da anbinde, oder? Genau. Das vermute ich jetzt mal. Naja, im Prinzip, also Versionierung ist jetzt auf mehreren Ebenen eigentlich ein super spannendes Thema. Also, das eine, was wir uns nicht angeguckt haben, wir haben beispielsweise ja auch Prozessmodelle immer versioniert in der Engine. Also, ich kann neue Versionen online spielen, die eine neue Version haben. Und ich kann dann immer entscheiden, welche Version tatsächlich verwendet wird. Ich kann mir natürlich auch irgendeinen cleveren Mechanismus ausdenken, wie ich das mit meinen Services verheirate. Oder wie ich vielleicht sogar verschiedene Service-Implementierungen gleichzeitig online habe. Oder ob ich Code, den ich an so ein Prozessmodell hänge, vielleicht sogar abwärtskompatibel gestalte, um nicht verschiedene Versionen gleichzeitig online haben zu müssen. Ich kann vielleicht gleich noch mal den Link in den Chat posten. Da gibt es noch so einen Artikel, wo wir das ein bisschen auseinandergenommen machen. Ein bisschen schwierig auch. Das ist ein Thema, da kann man jetzt auch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde am Beitrag stehen. Deswegen ist es, glaube ich, auch wieder schwierig, auf den Punkt zu bringen. Schick aber mal einen Link. Okay, das wäre es, was ich im Moment habe an Fragen. Ich habe zwei Fragen. Es gibt eine Frage von einem Kunden, der mit Ares arbeitet und sich fragt, warum aus Ares kein Export möglich ist. Das ist ja eine sehr schöne Frage, aber die kann ich leider nicht beantworten. Ich kann nur sagen, das sollten wir mal auf die Reihe kriegen. Also, Heiko, weißt du da, was genau ist? Aber mein letzter Stand war, dass Ares es schon machen will, aber halt noch nicht hat. Soweit ich weiß, gibt es sogar einen XPDL-Export. Das bedeutet, das ist so ein bisschen eine alternative XML-Sprache, die für BPMN 1 mal entwickelt wurde. Man kann über Umwege dieses XPDL dann auch in BPMN 2.0 konvertieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man auf dem Weg auch wieder noch Dinge verliert, weil die Tools auch erfahrungsgemäß doch alle nicht so 100% gut zusammenarbeiten. Ja, aber ich kann immer nur motivieren, den Hersteller ein bisschen zu trinken. Also zu sagen, hey, wir wollen das haben, und zwar Ex und Import. Weil das ist die Idee hinter einem Standard. Also damit können wir dann wirklich zusammenarbeiten. Aus unserer Sicht sehr, sehr gerne. Also wir würden gerne mit Ares kennen, aber das hängt nicht an. Es gab noch eine zweite Frage mit BPMN-Zertifizierung. Also das könnten jetzt zwei Dinge gemeint sein. Das eine ist Zertifizierung von Menschen, die damit arbeiten. Ich vermute es nicht, sondern ich vermute, dass dahinter auch steckt, dass das, was Falco letztendlich gerade gesagt hat, nämlich wie kann ich Endless- und Compliance-Tests machen. Vielleicht zum Zubefassern, Falco. Ja, da habe ich einen ganz interessanten Podcast mit Andrew Watson vor kurzem gehört. Der sagt, der ist im Prinzip ein wichtiger Mann bei der OMG und der hat, wünscht sich auch gerne, dass es mehr Compliance-Tests für die Standards gibt. Das ist einfach ein sehr, sehr großer Aufwand, solche Tests zu entwickeln. Und ja, im Prinzip, was wir im Kleinen jetzt mal versuchen, ist, dass wir wenigstens Tests haben für den Austausch von Modellen, dass man also zwischen den Modellierungstools einen Austausch machen kann. Compliance-Tests für eine ganze Prozess-Engine wäre wahrscheinlich eine Sache, die ist sehr schwer zu finanzieren. Andrew meinte, da müsste dann man schon zum Beispiel ein großes Regierungsprojekt haben oder einem öffentlichen Sektor ein Projekt, wo das wirklich erfordert wird, dass die Compliance mit dem Standard getestet wird, dass dann vielleicht auch die Budgets dafür da sind, um so eine Test-Tests zu entwickeln. Ja, ich habe gerade auch noch eine Konkretisierung bekommen. Es ging tatsächlich auch noch um OZEP, was ich im Hintergrund auch gemacht habe. Das ist auch ganz interessant. Also das ist, wenn ihr, wobei Zeitgurde auch fast der beste Ansprechpartner ist, naja, das ist, wenn ihr euch als Menschen zertifizieren lassen wollt für OMG, für WTM, gibt es eigentlich so, dass das weltweit führend ist. OZEP steht zwar um, G-Serge, Zeitgurde für WTM und da gibt es auch so verschiedene Levels und wenn ihr da auf die Inhalte guckt, dann seht ihr, dass WTMN dort auch eine große Rolle spielt, also das ist ein Cluster unterwegs. Das ist ganz interessant. Korrekterweise, ja, das wurde auch gefragt, das basiert noch auf WTMN 1.0, das wird aber gerade überarbeitet auf WTMN 2.0, da sind wir auch mit dabei, da ist ein anderer Kollege drin, da gibt es auch jetzt die ersten Test-Zertifizierungen, also das wird auch den nächsten WTM 2.0.0 unterstützen. Ich weiß nicht, ob du noch Fragen hast, Falko, du meldest dich einfach, ich habe nochmal eine bekommen. Die Frage ist nämlich, wie steht ihr zu Tools wie Magic Draw oder andere, welche auf eine komplette WTMN-UML-Modellierung setzen, also wo man alles irgendwie an einen Tisch kriegt? Ja, ich sage mal, sehr differenziert, also ich habe selten in der Praxis gesehen, dass das gut funktioniert, also wenn wir mal eine, wenn wir mal eine, naja, eine, einfach mal annehmen, Magic Draw würde das WTMN-XML korrekt exportieren und wir könnten damit auf die Engine gehen, dann hätte ich überhaupt keinen Stress mit dem Vorgehen, alles in Magic Draw zu modellieren und nur für die Engine sozusagen einfach herauszuziehen und das auf der Ebene in Magic Draw auch zu harmonisieren. Ich habe es nur eigentlich noch nicht gesehen, wirklich funktionierend und Magic Draw ist auch kein Tool, was man einem Business Analyst immer zumuchen kann, also ich weiß, dass es Unternehmen gibt, wo das funktioniert, ich kenne das auch mit Enterprise Architects öfter mal, dass das funktioniert, aber zumindest aus der WTMN-Sicht schon, es beinhaltet ein paar Schmerzen. die andere Fachlehmodellierung nicht haben. Nichtsdestotrotz, also wenn man das hinkriegt und wenn man dann auch WTMN damit hinkriegt, ja, grundsätzlich gerne. Also die Idee ist immer, sich in unsere Ideen non-invasiv, sich da reinzuklinken, was der Kunde schon hat. Von dem her auch gerne Magic Draw, ich überlege gerade, wie es bei Magic Draw aussieht, den hatten wir uns mal angeguckt, steht hier nicht drauf, müsste ich mal wieder anschauen. Falco, weißt du was, wann OZEP mit BPMN 2.0 kommen soll? Wurde gerade noch mal gefragt. Also es lauten jetzt wohl demnächst die Beta-Tests an, aber es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil die Mühlen malen dann zweifelsfall etwas langsamer. Ansonsten unsere Kurse, die wir dafür anbieten für die Zertifizierung, da arbeiten wir selbstverständlich mit BPMN 2.0 und ja, ich sag mal, die Prüfung ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass da BPMN 1 mit drin ist. Es gibt halt so ein paar Themen, die dann jetzt eher nicht abgedeckt werden, aber es ist kein totaler Showstopper. Also da muss man jetzt nicht notwendigerweise drauf warten, dass da jetzt das Update kommt, wenn man an so einer Zertifizierung interessiert ist. Es gibt ja ohnehin auch mehrere Stufen, wie du schon gesagt hast, also Fundamente, Intermediate und in der Wahl und mit einem Fundamente zum Beispiel anzufangen, ja, auch kein Problem, wenn da jetzt noch nicht super viel BPMN 2.0 in der Prüfung gefragt wird. Sehr schön. Spannende Fragen. Ich frage mich gerade selber, es ging jetzt einige Richtung BPMN 2.0 und Groundwork, ob es dran lag, ob ich den so kurz gemacht habe oder ob ich die Zielgruppe falsch eingeschätzt habe, aber ich hoffe, alle sind auf ihre Kosten gekommen. Hast du noch Fragen, Falco? Ich habe keine mehr. Nee, ich habe auch nichts mehr. Ja, dann, das freut mich auch. Sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war informativ. Wir werden die Aufzeichnung, sobald es geht, verfügbar machen, dann schicke ich nochmal einen Link rum. Ja, ich kann es nur motivieren, guckt es euch an, ladet euch runter, probiert es aus, bei Fragen im Forum einfach melden und sonst sehen wir uns hoffentlich alle in Fragen. Alles klar, bis dann, tschüss. Ciao. Ciao.